Also der Corona-Virus tut sich nach wie vor sehr schnell verbreiten und er ist hoch ansteckend. Wenn man einen Abstand von 2 Meter hat, kann der Virus sich über die Luft übertragen lassen. Und man ist angesteckt, obwohl man nur mit einer Person geredet hat. Und darum müssen wir ab sofort zu Hause bleiben und 3 Meter Abstand halten vor allen anderen Personen. Weil der Virus ist hoch ansteckend und er tut sich nach wie vor explosionsartig vermehren. Und vor allem für die älteren Personen ist es ein grosses Risiko, dass sie dann plötzlich daran sterben, weil sie vorbelastet sind mit anderen Krankheiten. Und darum muss jetzt Ruli Mauer ein paar Milliarden locker machen, dass er die Geschäfts noch retten kann. Wo sowieso nicht rentieren, das ganze Gastgewerb ist.